Musik Jo, was geht ab? Guten Morgen! Herzlich willkommen zu meinem Vlog. Wir machen uns gerade fertig, weil wir heute fliegen. Dann packen wir jetzt schon mal die Sachen, weil wir jetzt schon mal das Haus verlassen und dann fahren wir zu Oma und Opa fahren, bis wir dann zum Flughafen fahren. Ich glaube, wir fliegen um 16.30 Uhr oder so. Ja, und jetzt sind wir da gepackt. Und dann heißt es schon. Tschüss. Hallo, du läufst in meinen Vlog. Du, Leerweit. Hallo, dass ich dein Freund bin. Nee, das ist nicht so schlimm. Tschüss. Ja. Tschüss. Was will denn mit dir? Wer ist mein Frühstück? Hallo. Serena, ey. Wer magst du? Serena. Soll du eine kommen, Serena? Hallo. Was sind deine? Guck mal, was wir gefunden haben. Das habe ich in Deutschland noch nicht gesehen. Immer noch Instagram. Das hört sich an. Und zwar diese Kinder-Card. Guck mal, was wir gefunden haben. Ja, es lag eben draußen auf der Straße. Wir haben es gekauft. Wir haben es im Supermarkt gefunden und gekauft. Und ich bin gespannt. Ich freue mich, weil in Deutschland habe ich es noch nie gesehen. Und ich wollte es probieren, weil ich gerne alles neu probiere. Ja, 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 ja. Oder ihr probiert, was wir noch nie probiert haben. Ja, mach ich doch. Das habe ich noch nie probiert. Du? Kennst du die? Siehste. Nein, die habe ich in Deutschland im Fernseher gesehen. Ja, im Fernseher. Aber im Laden schon mal? Siehste. So, komm. Trink zum ersten Mal ein Espresso. Komm schon. Nein, das ist voll lecker. Weil ich brauche was zum Lass trinken. Ja, hier sind doch eine Million Getränke auf dem Tisch. Du kannst auch Zucker reinballern. Ja, ja, ja. Doch, mach mal. Dann schmeckt er wenigstens für dich. Also ich trinke nur schwarz, aber... Nein. Du drehst ja schon beim Red Bull komplett durch. Wie wird das dann erst, wenn du ein Espresso trinkst? Espresso. Ein Espresso, wie die Deutschen so schön sagen. Espresso. 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 Machiato. Machiato. Los. Kipp weg. Kipp einfach weg. Denk nicht so drüber nach. Ist es heiß? Nein, es ist nicht mehr heiß. Es ist nicht mehr heiß. Wirklich nicht. Jetzt kipps weg. Nein, nicht so. Wegkippen. Los. Oh mein Gott. Du stellst dich an. Jetzt kipp das Zeug weg. Mach jetzt. Mach jetzt. Mach jetzt. Boah. Mein Gott. Weg. Zack. Super. Runterschlucken. Weißt du, wie die durchdreht? Ohne Mist. Bei Red Bull springt die schon rum wie so ein Flummi. Ja, lass uns gleich das Buchschaden. So und jetzt trinkst du nach. Von mir aus. Ich freue mich. Ich bin gespannt, wie das gleich wird. Ich habe auch keine Sorge gewohnt. Nein, gar nichts. So, wir probieren jetzt diese Kinder-Karts. Ja. Ganz lecker. Mach was anderes, ja. Aber nichts geht über Bueno. Bueno. Schmeckt schon gut. Ja. Also hier die Creme, die Soße dazwischen ist schon... Ist ja lecker. Ja, danke. Ja. Gut? Da kriegt man noch so eine Packung. Hier. Kevin? Wer will sie? Ich teile. Okay. Ab geht's. Ab geht's. Tschüss, Auto. Danke, dass du uns gefahren hast. War sehr schön mit dir. Tschüss. Viel Freude. Sprüholivenöl. Guck mal. Guck mal, hier ist auch noch was zum Sprühen. Balsamico. Fancy. Jetzt kannst du auch als Selbstbräuner nehmen. Das ist nicht schlecht. Mach mal als Selbstbräuner. Nein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, es fokussiert nicht. Fokussiert auch mal. Nein, da haben diese Flugzeugen gelandet. Nein. Ja, es fokussiert nicht. 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 Ja, es fokussiert nicht.